Mit dem iPhone lassen sich mittlerweile extrem gute Fotos und Videos aufnehmen und daher möchte ich im heutigen Video einmal mit euch in die Fotoseinstellungen gehen, um diese etwas zu optimieren, damit ihr das meiste aus eurer iPhone-Kamera herausholen könnt. Sollten dich Videos wie dieses zu Tipps und Tricks rund um das iPhone und iOS interessieren und du möchtest in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen, dann lass jetzt gerne ein Abo da und ich zeige euch direkt nach dem Intro die besten Einstellungen für die iPhone-Kamera-App und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Die Einstellungen für Fotos und Videos könnt ihr natürlich in der Einstellungen-App vornehmen. Dazu öffnen wir diese einmal und scrollen hier etwas weiter nach unten bis zum Bereich Kamera und hier gehen wir jetzt einfach die einzelnen Punkte einmal durch und starten ganz oben mit den Formaten. Dort tippen wir einmal drauf und dann haben wir hier auch schon direkt bei der Kameraaufnahme zwei Optionen, nämlich einmal höchste Effizienz oder maximale Kompatibilität. Da könnt ihr jetzt ganz einfach auswählen, ob ihr eben ein effizienteres Bild haben wollt, was kleiner ist oder eben eine maximale Kompatibilität, das heißt mit mehreren verschiedenen Playern oder mit mehreren verschiedenen Programmen auf unterschiedlichen Betriebssystemen aufrufbar. Da müsst ihr natürlich wählen, was für euch besser ist. Außerdem könnt ihr hier bei der Fotoaufnahme mittlerweile Apple Pro War auf den Pro-Geräten auswählen, in diesem Fall hier auf dem iPhone 14 Pro sogar mit 48 Megapixeln. Wenn ihr also die bestmögliche Qualität bei Fotos auswählen möchtet, dann solltet ihr hier auf jeden Fall bei der Auflösung von 12 Megapixeln auf 48 Megapixel in den Formaten einmal wechseln. Und weiter unten haben wir dann auch noch ProRes, was sozusagen in Videoformat die rohen Aufnahmen sind und da habt ihr natürlich dann am Ende auch mehr Bearbeitungsspielraum. Das heißt, solltet ihr Videos aufnehmen wollen in möglichst hoher Qualität mit sehr, sehr viel Potenzial in der Nachbearbeitung solltet ihr das hier ebenfalls aktivieren. Allerdings benötet ihr dafür mindestens ein iPhone mit 256 GB Speicher und das ist auch notwendig, weil hier extrem viel Speicherplatz belegt wird, nämlich 6 GB für 4K-Aufnahmen pro Minute, was natürlich eine ganze Menge ist. Wenn wir jetzt in den nächsten Punkt reingehen, in den Bereich Video aufnehmen, dann haben wir hier einmal die Möglichkeit zuallererst die Auflösung auszuwählen. Hier habt ihr natürlich wieder mehrere Optionen zwischen 720p bis hin zu 4K 60 FPS und da könnt ihr dann hier eure gewählte Variante auswählen. 60 FPS bietet euch natürlich im Nachhinein noch die Möglichkeit durch zum Beispiel Halbieren der Geschwindigkeit so einen Slow-Mo-Effekt einzubringen, aber grundsätzlich könnt ihr auch zwischen 24 und 30 FPS wählen, wenn ihr eine normale Aufnahme erstellen wollt. Das spart dann am Ende natürlich auch etwas Speicherplatz, denn in diesem Fall sind hier 400 MB für 60 FPS 4K auch wieder eine ganze Menge. Außerdem könnt ihr noch die PAL-Formate einblenden, dann bekommt ihr hier noch so ein paar weitere Optionen, ist aber nicht wirklich notwendig. Außerdem könnt ihr hier dann Dinge wie verbesserte Stabilisierung aktivieren, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Dann haben wir hier den Action-Modus bei weniger Licht, auch das könnt ihr einmal aktivieren. HDR-Video, wenn ihr das Ganze nutzen wollt. Ich persönlich habe es lieber aus, weil sehr viele Bearbeitungsprogramme mit HDR noch nicht ganz so gut klarkommen. Und gerade wenn man Videos mischen möchte zwischen HDR und Nicht-HDR, kann das auf jeden Fall zu Problemen kommen. Daher habe ich in meinem Fall hier HDR dauerhaft aus. Genauso wie die Auto-FPS, die könnt ihr hier natürlich aktivieren, wenn ihr das möchtet. Aber wenn sie aktiv sind, kann es eben zu so ein paar Lichtproblemen kommen, irgendwie flackern, was man auf jeden Fall nicht möchte. Daher habe ich das hier in meinem Fall einmal deaktiviert. Und zu guter Letzt könnt ihr hier eben noch die Kamera sperren, wenn ihr nicht wollt, dass zwischen den Kameras, wie zum Beispiel der Ultra-Weitwinkel und der Weitwinkel-Kamera während einer Aufnahme gewechselt wird. In den Slow-Mo-Aufnahmen habt ihr ebenfalls ähnliche Einstellungen. Dazu gehen wir hier einmal rein und ihr könnt wählen zwischen 1080p mit 120fps, 720p mit 240fps oder eben hier nochmal 1080p mit 240fps und da nochmal eben in einer hocheffizienten Komprimierung. Und hier könnt ihr natürlich am Ende wieder wählen. Ich persönlich würde sagen, dass ihr hier auf jeden Fall nicht auf die 720p geht, weil ihr hier einfach einen extremen Verlust an Qualität habt. Also auf jeden Fall entweder hier die 1080p mit 120fps oder 240fps, je nachdem, ob ihr denn so viele Bilder pro Sekunde aufnehmen möchtet. Je nachdem, wie viel Slow-Mo ihr eben haben möchtet, würde ich hier zwischen den beiden 1080p-Varianten wählen. Seit dem iPhone 13 und iOS 15 gibt es den Kino-Modus und den finde ich persönlich sehr praktisch. Mit dem iPhone 14 Pro ist dann zusätzlich noch die 4K-Variante dazugekommen und das habe ich hier auch aktiviert, sprich 4K mit 30fps, was in etwa 170 MB pro Minute an Speicherplatz nimmt und das finde ich auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Verwende ich sehr gerne den 4K-Kino-Modus, kann ich daher auf jeden Fall sehr empfehlen, das hier einmal auf 4K zu stellen. Dann solltet ihr ein iPhone 14 Pro haben, was das Ganze unterstützt. Dann gibt es noch viele Einstellungen hier direkt innerhalb der Kamera-Alb, nämlich einmal hier Stereoton aufnehmen, das solltet ihr auf jeden Fall aktiviert lassen, damit ihr keinen Monoton aufnehmt. Außerdem können wir hier auf Einstellungen beibehalten gehen und da habt ihr eben die Möglichkeit, dass diese Einstellungen im Kameramodus, in der kreativen Steuerung, Makrosteuerung, Belichtung, Nachtmodus, Portrait, Actionmodus, ProRaw und natürlich auch Live-Foto immer beibehalten wird, damit sich das nicht, wenn ihr die Kamera-App einmal schließt oder euer Gerät neu startet, wieder sozusagen zurückstellt, sondern eben diese Einstellungen, die ihr vorgenommen habt, wenn ihr die Kamera-App öffnet und da irgendwie etwas verändert habt, dass die beibehalten werden. Da könnt ihr natürlich wählen, bei welchen Funktionen soll es beibehalten werden und wo soll es wieder resettet werden. Da habt ihr dann hier wirklich freie Wahl, das für euch einzustellen. Dann haben wir als nächstes hier die Lauter für Serie verwenden. Da könnt ihr dann die Lautertaste nutzen, um eben sehr viele Fotos aufzunehmen, wenn ihr also wirklich irgendwie innerhalb eines kurzen Zeitraums ganz, ganz viele Fotos aufnehmen wollt, dann könnt ihr einfach die Lautertaste gedrückt halten und nehmt dann wirklich mehrere Fotos pro Sekunde auf, die ihr dann am Ende auf eurem Gerät als Serie speichern könnt und dann könnt ihr natürlich die besten Bilder am Ende auswählen. Wenn ihr das verwenden wollt, aktiviert das hier. Außerdem haben wir dann die Möglichkeit, QR-Codes zu erkennen und zu scannen, was ich persönlich sehr gerne nutze, genauso wie erkannten Textanzeigen. Also wenn ihr irgendwie etwas abfotografiert, wo Text zu erkennen ist, dann wird der eben dort angezeigt. Ihr könnt ihn kopieren, ihr könnt Telefonnummern direkt anrufen, auf Websites gehen und so weiter. Ein wirklich sehr praktisches Feature, daher lasse ich das bei mir auch immer aktiviert. Bei den Kompositionseinstellungen gibt es dann einmal das Raster, was ich auf jeden Fall immer aktiviert habe. So könnt ihr in etwa die Mitte ausrichten eures Bildes und könnt dafür sorgen, dass es nicht schief ist. Außerdem die Frontkamera spiegeln finde ich persönlich immer angenehmer. Müsst ihr selber ausprobieren, ob ihr die Frontkamera gespiegelt haben möchtet oder nicht. Und außerhalb des Rahmens anzeigen, sorgt eben dafür, dass ihr das komplette Bild in der Kamera-App angezeigt bekommt. Auch ein Bereich, der eben aktuell nicht fotografiert wird von dem Foto, finde ich persönlich, sieht etwas schöner aus, aber das müsst ihr natürlich nicht nutzen. Daher einfach mal ausprobieren, was ihr eher präferiert. Eine sehr schöne Funktion, die das iPhone bietet, sind die fotografischen Stile. Wir können hier nämlich in der Fotoaufnahme dafür sorgen, dass vorgefertigte Stile ausgewählt werden können. Und dort könnt ihr dann wählen zwischen Standard. Das wäre dann eben bei Ton und Wärme 0. Das heißt, das ist wirklich ein ganz normales Bild, so wie das iPhone es eben aufnehmen würde. Zusätzlich könnt ihr dann einmal kontrastreich wählen. Dann wird das Bild insgesamt etwas gesättigter, aber auch etwas dunkler. Dann haben wir hier Leuchten. Dadurch wird es etwas heller, aber auch etwas gesättigter zusätzlich. Dann haben wir hier etwas mehr Wärme, was hier dann eben für ein wärmeres Bild sorgt. Und zu guter Letzt dann etwas mehr Kälte. Dementsprechend ein etwas kälteres Bild. Und da könnt ihr dann einfach wählen, was ihr gerne verwenden wollt. Also so kontrastreich ist wahrscheinlich das, was die meisten als angenehmer empfinden, weil einfach ein bisschen mehr Sättigung da ist, weil das Bild einfach ein bisschen lebendiger wird. Daher könnt ihr das hier auswählen. Wenn ihr normal auswählt, habt ihr aber wirklich den Standard und könnt damit natürlich im Nachhinein auch am meisten rausholen, wenn ihr das Bild bearbeitet. Zu guter Letzt gibt es dann hier noch drei Dinge, nämlich einmal schnellere Aufnahmen priorisieren. Aktiviere ich auch immer gerne. Dadurch wird die Bildqualität beim schnellen Drücken des Auslösers intelligent angepasst. Außerdem hier die Objektivkorrektur korrigiert die Objektivverzerrung bei Front- und Ultraweitwinkel. Das heißt, wenn ihr diesen Fisheye-Effekt nicht haben wollt, dann solltet ihr das hier auf jeden Fall auch aktivieren. Und auch die Makrosteuerung ist eben hier als Option da, dass ihr eben zwischen Makromodus und normaler Kamera hin und her wechseln könnt. Dass ihr so ein kleines Toggle bekommt, so ein kleines Icon, das könnt ihr dann aktivieren oder deaktivieren innerhalb der Kamera-App und so dann ganz einfach wählen. Und die Makrosteuerung ist, je nachdem, ob ihr es eben hier oben eingestellt habt bei den Einstellungen beibehalten, immer wieder automatisch aktiv oder eben nicht aktiv. Nachdem wir uns nun die Einstellungen sehr genau angeschaut haben, springen wir noch einmal rüber direkt in die Kamera-App. Hier oben habt ihr die Möglichkeit, einmal den Blitz ein- und auszuschalten. Da können wir drauf tippen und diesen dann hier zum Beispiel aktivieren. Über diesen kleinen Pfeil können wir eben hier noch weitere Einstellungen öffnen. Dann seht ihr hier unten ebenfalls die Blitzeinstellung. Live-Foto kann aktiviert oder deaktiviert werden. Dann können wir hier wählen zwischen 4 zu 3 oder 16 zu 9 Fotos. Außerdem können wir hier noch Dinge wie zum Beispiel die Beleuchtung ganz einfach anpassen. Dann haben wir hier einen Timer, den wir aktivieren können, um eben ein Foto nach 3 oder nach 10 Sekunden zu machen. Und zu guter Letzt haben wir hier dann noch ein paar Filter. Das heißt, wir können jetzt eben zwischen Original, Strahlen, Strahlen, Warm und so weiter wählen. Also da gibt es dann sehr viele Filter, die ihr vorauswählen könnt, wenn ihr das gerne möchtet, wenn ihr direkt schon bei eurem Foto einen bestimmten Look erzeugen möchtet. Oben habt ihr dann die Möglichkeit, hier die Raw-Fotos zu aktivieren oder zu deaktivieren. Außerdem haben wir dann daneben einmal die Live-Foto-Funktion, die wir verwenden können. Und hier unten können wir eben die Zoom-Stufen auswählen. Ab dem iPhone 14 Pro haben wir da jetzt mittlerweile 4 Stück, nämlich eben 0,5, 1, 2 und 3. Je nachdem, was ihr für ein Gerät und für ein iOS installiert habt, können das aber auch nur 2 Stufen oder 3 Stufen sein. Unten links habt ihr dann die Möglichkeit, auf eure Fotos zuzugreifen. Und das letzte erstellte Foto wird dort in Miniatur angezeigt. Und wenn ihr dort draufklickt, dann wird es eben einmal groß angezeigt. In der Mitte könnt ihr natürlich das Foto schießen. Und mit dem Button hier unten rechts könnt ihr ganz einfach zwischen Front- und Rückseitenkamera wechseln. Und ihr seht hier auch die verschiedenen Modi. Das heißt, wir gehen die hier einmal durch. Wir haben nämlich einmal einen Zeitraffer, den wir verwenden können. Außerdem haben wir dann hier die Möglichkeit, auf Slow-Mo zuzugreifen. Das heißt, dort könnt ihr eben zum Beispiel in 720p oder 1080p mit bis zu 240fps Slow-Mo-Aufnahmen machen. Als nächstes haben wir dann den Kino-Modus, der einfach für eine gewisse Unschärfe im Hintergrund oder im Vordergrund sorgt. Wie ihr seht, das Ganze passt sich hier schon so ein bisschen an. Und wenn ich hier einmal fokussiere, dann wird das hier vorne scharf und im Hintergrund unscharf. Oder eben andersherum. Funktioniert sehr gut mittlerweile auf dem iPhone. Als nächstes haben wir dann den ganz klassischen Video-Modus. Hier könnt ihr dann oben noch einmal zwischen den Auflösungen wählen. Also 4K30 ist hier aktuell ausgewählt. Aber ihr könnt auch hier ganz einfach tippen und dann eben wechseln zu HD oder eben hier auch die FPS ganz einfach anpassen. Je nachdem, was ihr verwenden wollt. Hier oben wird euch die aktuelle Zeit, die aufgenommen wurde, angezeigt. Und ihr könnt hier ganz oben neben dem Blitz auch in den Action-Modus wechseln. Das heißt, den könnt ihr hier ebenfalls aktivieren, um eben extrem stabilisierte Videos aufzunehmen, was ebenfalls ein sehr schönes neues Feature der iPhone 14-Reihe ist. Wenn wir hier nun weiter wechseln, haben wir als nächstes einmal Foto. Das habe ich euch bereits gezeigt. Und dann Portrait-Fotos, die wirklich sehr schön sind. Da könnt ihr zwischen verschiedenen Lichtstimmungen wählen, wie zum Beispiel hier natürliches Licht. Dann haben wir als nächstes einmal Studio-Licht. Als nächstes dann hier Konturen-Licht. Und dann könnt ihr hier auch noch Bühnenlicht auswählen. Und so weiter. Also da gibt es so ein paar Optionen. Und der Hintergrund wird dann eben durch ein Bokeh unscharf. Und ihr könnt sehr schöne Portrait-Fotos aufnehmen. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, damit Fotos zu erstellen. Hier oben könnt ihr dann noch die Blende anpassen. Das heißt, da könnt ihr raufgehen und habt dann hier eben die Möglichkeit, auch nochmal mit der Blende zu arbeiten, um zum Beispiel auch die Unschärfe im Hintergrund anzupassen. Je nachdem, wie offen ihr die Blende macht, desto unschärfer ist der Hintergrund. Und dementsprechend könnt ihr hier natürlich auch ganz einfach den Stil anpassen. Und bereits im Vorhinein, wenn ihr ein Foto erstellt, dafür sorgen, dass es so aussieht, wie ihr es gerne hättet. Zu guter Letzt gibt es dann hier noch den Panorama-Modus. Dort können wir ebenfalls noch einmal raufgehen. Und dafür müsst ihr das iPhone einfach ganz langsam in eine Richtung bewegen. Dazu bietet dieser Pfeil hier eben so eine kleine Linie. Und wenn ihr eben am Ende dieses Foto dann erstellt, dann habt ihr ein schön breites Panorama-Foto, was man zum Beispiel in Stadien sehr gut machen kann. Auf Konzerten bekommt ihr dann eben das komplette Bild sozusagen drauf, was ein normales 4 zu 3 oder 16 zu 9 Foto gar nicht hinbekommt. Und mit so einem Panorama-Foto kann man wirklich sehr, sehr schöne Aufnahmen von sehr vielen Menschen oder von großen Bergen oder Landschaften machen, was auf jeden Fall sehr viel Spaß macht. Wie ihr seht, hat die iPhone-Kamera einiges zu bieten und ist auf jeden Fall auch nicht langweilig. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas helfen, die optimalen Einstellungen für euch zu finden, damit ihr die besten Fotos und Videos mit der iPhone-Kamera erstellen könnt. Und wenn das der Fall war, dann würde mich auf jeden Fall jetzt sehr über einen Daumen nach oben freuen und sehr gerne könnt ihr mir weitere Tipps und Tricks mal unten in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!